Meine Damen und Herren, möcht' mich gleich zu Beginn bei Ihnen hier im Saal entschuldigen, dass wir ein bissel später beginnen. Macht auch nichts, Sie sind dafür ein bissel früher gekommen. Na, da wird's ruhig bei Ihnen, also da wird's... Da sitz ich vor der Zielgruppe, na gut. Da muss halt die Familie zusammenhelfen. Mein Vater, mein alten Erbsen, Speibrünen, 59er Käfer, kommt und ecken. Geschieden, zwei Kinder, 15 Kilo zu viel, Schulden und immer noch Angst zum Zahnarzt. Hallo, Tante. Servus, Jakob. Ja, aber gut, hast du aus. Also hab' ich wieder zugenommen. Na, gewachsen bist nicht. Es wird schon einen Grund haben, warum du auch nicht bist! Kein Zweifel, ich hab' mich auseinandergelebt. Und nach langer, langer Zeit werdet ihr in eurer Beziehung endlich wieder einer Meinung sein. Schatz, früher war einfach alles besser. Ja, genau! Dieser wird's plant, auf dieser wird's gewann. Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau!